Willkommen zu einem neuen Kartentrick. Diesen Kartentrick wählt der Zuschauer sich irgendeine Karte. Okay, er merkt sich diese und legt sie wieder ganz oben rauf. Jetzt gehe ich mit meiner Hand über die Karten und die Karte verschwindet auf magischer Weise im Deck. Und das ist deine Karte, die Herz 5. Richtig. Das war der Kartentrick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.